Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video zur Lehrveranstaltung Grundlagen der Informatik. In dem Video geht es hier um Zahlensysteme. Ich erkläre also kurz, was Zahlensysteme sind, zeige ein Beispiel am Dezimalsystem, dann erkläre ich das Binär- und Hexadezimalsystem und gebe dafür jeweils zwei Beispiele und anschließend erkläre ich noch kurz, welche Bedeutung Zahlensysteme eigentlich für die Informatik haben. So, eine Zahl kann man ganz allgemein in folgender Weise durch eine Summe darstellen. Das ist also die Summe von i gleich 0 bis n über die Koeffizienten a, i mal der Basis b hoch i. b ist also die Basis, mit der man ein Zahlensystem festlegt. Und b muss eine ganze Zahl sein, größer als 1. Und a, i sind die Ziffern der Zahl. Und für diese Ziffern gilt, dass sie aus dem Wertebereich kommen von 0 bis b minus 1. So, das ist eine ziemlich abstrakte Form der Darstellung. Weniger abstrakt wird, wenn wir uns das mal an einem konkreten Beispiel veranschaulichen, nämlich am Dezimalsystem, wo wir also die Basis b gleich c wählen. Hier machen wir mal ein Beispiel, die Zahl 356. Die kann man also auch wie folgt darstellen. Wir haben hier also die Ziffern a0 bis a2 und die tauchen hier in der Summendarstellung eben entsprechend auf. Und wenn wir das ausrechnen würden, dann würden wir natürlich auf die Zahl, Dezimalzahl 356 kommen. So, das ist also ziemlich bekannt. Das Ganze können wir uns nochmal an einem zweiten Beispiel veranschaulichen, wo man dann sieht, dass führende Nullen eben keine Rolle spielen. Schauen wir uns mal die Zahl z gleich 0, 0, 7 an. Genau nach dem gleichen Schema haben wir diese Zahl jetzt eben aufgebaut und dann sehen wir eigentlich, dass das genau das gleiche ist wie einfach nur 7 mal 10 hoch 0 bzw. 7. So, das Dezimalsystem ist ja jedem bekannt. Etwas ungewohnt ist hier vielleicht nur die Darstellung einer Zahl in dieser Summenform. Ganz grundsätzlich kann man aber auch dann nach der gleichen Vorgehensweise Zahlen in einem anderen Zahlensystem darstellen. Man muss nur eben das b entsprechend wählen. Nicht jede Wahl von b ist sinnvoll bzw. praktisch relevant. Was aber definitiv praktisch relevant ist, ist das Dualsystem oder das Binärsystem, bei dem b gleich 2 gewählt wird. So, schauen wir uns hier zunächst mal ein Beispiel an. Die Zahl 1, 1, 1. Und um jetzt zu zeigen, dass das eine Zahl im Binärsystem ist, schreibe ich jetzt hier in Klammern die Basis unten an die Zahl dran, nur um zu verdeutlichen, dass es jetzt die Zahl 1, 1, 1 und nicht die Zahl 111 im Dezimalsystem ist. So, wenn wir wieder diese Summenform verwenden zur Darstellung dieser Zahl, dann kann man das also schreiben als... Hier haben wir also auch wieder eine Zahl mit drei Ziffern, die auch in dieser Summenform wieder auftreten. Und da wir jetzt ja im Binärsystem sind, ist der Wertebereich der einzelnen Ziffern eben beschränkt auf 0 oder 1. Eben auf dem Bereich von 0 bis b minus 1 und b ist hier gleich 2. So, wir können diese Zahl jetzt auch in dieser Summenform ausrechnen und dann wieder in eine Dezimalzahl überführen. Das ist also die Zahl 7 im Dezimalsystem. Das Ganze können wir uns nochmal an einem zweiten Beispiel vergegenwärtigen, wo wir mal ein paar mehr Ziffern wählen. Das können wir jetzt also wie folgt aufschreiben. Und dann eben, wenn wir die Summe wieder ausrechnen, können wir das auch wieder in eine Dezimalzahl überführen. Das ist also die Dezimalzahl 42. So, ein drittes Zahlensystem ist auch noch praktisch relevant und das ist das Hexadezimalsystem mit der Basis b gleich 16. So, wenn ich jetzt mal für die obige Summen-Darstellung b konkret gleich 16 einsetze, dann steht da folgendes. Das ist also die Summe von a i mal 16 hoch i und die Ziffern haben also einen Wertebereich von 0 bis 15. So, jetzt machen wir mal ein Beispiel und schreiben mal eine Hexadezimalzahl auf. So, und hier sieht man schon ein Problem. Wenn die Ziffern also einen Wertebereich von 0 bis 15 haben und die einzelnen Ziffern auch tatsächlich so hinschreibt, dann gibt es Probleme, nämlich eine Ziffer 12 zu unterscheiden von den einzelnen Ziffern 1 und 2, wie man das jetzt hier sieht. Und deswegen hat man sich also zur Darstellung der Ziffern 10, 11 bis 15 etwas anderes überlegt. Da verwendet man keine Zahlen mehr, sondern Buchstaben, wie wir das jetzt gleich sehen werden. Also bei den Ziffern 0 bis 9 ist alles genauso, wie man das aus dem Dezimalsystem kennt. Die Ziffern werden auch mit 0 bis 9 dargestellt. Und die Ziffern 10 schreibt man dann als Groß A, 11 ist B, 12 ist C, 13 ist D, 14 ist E und 15 ist F. So, dass man also die Zahlen, die wir jetzt hier oben stehen haben, 1, 2, 12, nicht auch als 1, 2, 12 darstellt, sondern hier statt der 12 das C schreibt. Das ist also 1, 2, C zur Basis 16. Und jetzt wollen wir die Zahl auch einmal wieder in die Dezimaldarstellung überführen. Also die Zahl 1, 2, C zur Basis 16 ist also Dezimal die Zahl 300. Jetzt kann man sich völlig zu Recht die Frage stellen, was haben denn diese Zahlensysteme eigentlich mit Informatik zu tun? Und es ist so, dass diese Zahlensysteme eine ganze Menge mit Informatik zu tun haben, nämlich können Computer oder Rechner Informationen in Speicherzellen speichern, die nur genau zwei Zustände haben. Und das entspricht eben gerade dem Wertebereich einer Ziffer im Binärsystem. Diese Informationen werden typischerweise als Spannungswert abgespeichert. Und die Spannungswerte sind typischerweise 0 Volt oder aber 3,3 bzw. 5 Volt, je nach System, das für die Speicherung von Informationen zuständig ist. So, also in einer solchen Speicherzelle kann also nur die Information 0 Volt oder 3,3 Volt bzw. 5 Volt gespeichert werden. Das nennt man auch High-Pegel und Low-Pegel. Also Low-Pegel bezeichnet 0 Volt und High-Pegel bezeichnet eben den Pegel bei 3,3 bzw. 5 Volt. So, wenn also diese Speicherstelle den Wert 0 hat, also 0 Volt gespeichert sind, dann kann das als Binär 0 interpretiert werden. Und wenn die Speicherstelle den Wert 3,3 Volt oder 5 Volt hat, dann kann das als Binär 1 interpretiert werden. Und so eine Speicherstelle wird auch als Bit bezeichnet. So, und die Information, sagt man auch, die in so einer Speicherstelle steht, ist dann genau gerade ein Bit. So, mit einem Bit kann man typischerweise nicht besonders viel Information speichern. Das ist ja nur ein Zustand 0 oder 1. Deswegen werden Informationen typischerweise in Registern gespeichert, wo also mehrere solcher Speicherstellen zusammengenommen sind. Und in einem solchen Register könnte zum Beispiel die folgende Information gespeichert sein. So, und der Inhalt, der kann jetzt also als Binärzahl interpretiert werden. Und dann können wir auch den Inhalt dieser Binärzahl wieder ausrechnen oder als Dezimalzahl darstellen. Das wäre hier also die Zahl 90 Dezimal. So, was kann jetzt diese Information sein? Das kann zum Beispiel einfach nur die Zahl 90 sein, die gespeichert werden soll. Oder es gibt zum Beispiel andere Möglichkeiten, dass diese Zahl als ein Buchstabe interpretiert wird. Dann kann man also die Bedeutung dieser Zahl in der sogenannten ASCII-Tabelle nachgucken. Und das wird dann bedeuten, dass wir hier das ASCII-Zeichen z gespeichert hätten. Okay, jetzt haben wir verstanden, warum für die Informatik das Binärsystem so wichtig ist. Weil es nämlich das für den Rechner grundlegende Zahlensystem ist, mit dem er rechnet. Offen ist noch die Frage, wofür denn jetzt das Hexadezimalsystem benötigt wird. Und die Frage lasse ich aber offen und beantworte die in einem nächsten Video, wo es dann um die Umrechnung zwischen den Zahlensystemen geht. Und das ist das, was wir sehen, wie 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 wir sehen. Und das ist das, was wir sehen, wie 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 wir sehen. Untertitelung des ZDF, 2020